...Auftritte, die in verschiedene Themenbereiche eingeteilt sind. Große Weltorchester, Rezitale und Kammerkonzerte, Mitternachtskonzerte, World Music, Oper- und Ballettauftritte, Musik des 21. Jahrhunderts und natürlich NSQ und seine Zeitgenossen. Auf dem Plakat stehen wie immer große Namen der internationalen Kultmultrik. Einzelheiten können Sie in unseren Sendungen erfahren oder auf der Webseite des Festivals www.festival-enesco.ro, die auch eine englische Variante hat. Gleichzeitig wird der internationale Giorgio Enesco-Wettbewerb stattfinden, der vier Kategorien hat. Klavier, Violine, Violoncello und Komposition. Der künstlerische Leiter dieses Ereignisses ist der bekannte Musikmanager Johann Holländer, gebürtiger Temeschware aus dem Westen Rumäniens, der zwischen 1992 und 2010 Leiter der Wiener Staatsoper war. Der Untertitel ist ein Diener, die sich in den Westen rumschieden, von der Englisch verteidigte Musik und die Kaffee des Krisen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017